Herzlich Willkommen bei den Flachverhelfen und Heroes of Hammer Watch. Hammer of Hero Watch. Nein, warte. Geile Raum. Das ging ja schnell. Was haben wir denn hier oben? Hier oben ist das Portal, da will ich nicht rein. Nur Aua. Übrigens, ich hab gerade Sachen in die Fontäne in der Stadt geworfen. Sag mir nicht schon wieder, es ist ganz viel Schreckliches passiert, ja? Nee, something great happened. Also es ist was Tolles passiert. Ich weiß zwar noch nicht, was? Oh mein Gott, die bewegen sich jetzt auch, die stehen müssen denn einfach nur rum? Was? Die Mobs? Die Mobs? Stehen nicht einfach nur rum, sondern bewegen sich jetzt auch so. Das war nicht Leertaste, es war cool. Wir haben das schon seit einer Woche wieder nicht gespielt. Das lässt ja hier einfach Geld liegen. Hey. Oh nein, ich hab Geld liegen lassen. Ja. Ja. Und diesmal werden wir den Run auch kappen, je nachdem wie lange er wird. Warum? Warum? Das lange dauert. Warum? Was? Warst du nicht der, der gesagt hat, das sind Run Games? Ja. Ja, aber die startet man nicht ab einem gewissen Startpunkt. Wenn ich einen Run starte, pass auf, wir haben doch Barony auch gekappt, ne? Also geschnitten. So. Wir haben also drei Episoden den vierten Run. Wenn man sich also alles angucken will, kann man das tun. Man muss es aber nicht. Verstehst du jetzt, was ich von dir will? Ach, ich hab mit dem Overwatch eigentlich kein Problem, da mal längere Episoden aufzunehmen. Ich aber. Eben, weil ich schon zwei verdammte Male Leertaste gedrückt hab. Ja, dann ist das deine eigene Schuld. So, dann gehen wir jetzt lang. Hier ist das Herz. Und da oben rechts ist ein Händler. Da geh ich jetzt erstmal hin. Hier oben ist dann noch ein Item. Hm, was nehme ich denn? Da ist noch eins weiter. Okay. Ganz unten war auch noch ein Item, ne? What? Ja, das ganz unten habe ich. Das ganz unten links fehlt mir. Aber das Item unten links nicht aufgehoben. Hab ich den Raum nicht freigemacht? Nein, das war ich. Ach ne, ich hab den gerade eben vorhin gemacht. Stimmt. Wovon redest du eigentlich jetzt? Ach, wir hatten gerade in der vorigen Ebene doch auch schon so einen Raum. Nur da war halt nur ein Erz drin. Der war aber auch umgedreht. Der war gerichtet gen Norden und ich gen Süden. Oh, nur gucke. Oh, boys. 86er-Kombo. Ui. Oh, ich hab ihn mal in den Diamanten geholt. Mini-Boss-Time. Ah, mach du mal. Schon passiert. Schlag du dich mal mit den Viechern. Ich geh hier alles einsammeln, was ich finde. Oder ich hab auch mal irgendeinen Mini-Boss. Der Mann bleibt. Du weißt schon, dass ich nicht so viel Schaden mache wie du. Und der ist los. Und noch einen Mini-Boss. Ich hab einen Aufzug gefunden, den man nicht braucht. Ja, den brauchen wir jetzt überhaupt nicht mehr, den Aufzug. Ich will den Minen. Vielleicht noch vor dem Boss, aber dann war es das auch schon. Nee, vor dem Minen-Boss auch nicht mehr. Meinst du nicht? Nee, der Minen-Boss ist doch auch nur noch... Dann hol ich mir mal noch mehr Geld. Auch ein Mini-Boss. Ring of Health. Das ist 0-2-Health-Region. Hast du den Mini-Boss gesehen? Ach der, der ist doch schon tot. hier ist ein item, hier oben ja ja, ich mach hier grad noch den Raum fertig ich hab den angefangen heute mal noch fertig ja ja, mach du mal warum liegt hier unten noch Manna oben, was ich gebrauchen kann ja, dann kann ich jetzt hier warten Geld, 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 Geld ist auch lang da hinten war nur der da hinten war nur der Aufzug ja ja ein Schwert Leto bitte? meine physischen Angriffe ignorieren 10% Rüstung des Gegners das ist schön dafür hab ich ne Bonster Schlitter verbraucht toll gemacht ey oh ha 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 oh nur gucke oh wie keine Musik weißt du oh oh einfach so? oh glaub ist nichts passiert aber was? hier ne erst neben sonst und gar nix ich ich ja sein jetzt brauche ich mal hier du brauchst keinen ha 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 so so dun 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 nein da oben war kein Schalter das hab ich schon abgecheckt verdammt ey ey ein Schlüssel ey ein Schlüssel ey ein Schlüssel ey Mann ja ich weiß dass das woanders sich öffnet oh wow 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 hast du das auch gemerkt ja? oh wow jetzt bist du du bestiert ja leeroy leeroy okay das war doch einfacher als gedacht Moment mal haben wir schon nach dem Dings gesucht? und das wie wir gesagt haben Troja schon nach dem Dings gesucht aber was ich jetzt gesehen habe habe ich noch keinen Schalter gefunden auch nicht deswegen frage ich ob du schon danach gesucht hast ich sehe hier aber auch noch nichts ganz ganz viel Geld Geld ist wichtig für braucht man Geld nochmal? Geld regiert die Welt für brauche ich das nochmal? ich meine jetzt außerhalb des Spiels wir haben ja seit Run 1 oder 2 haben wir die Stadt ja nicht mehr gezeigt für Items, für Schlüssel kaufen kannst ja im Shop in der Stadt immer mindestens 3 Items kaufen also beim nächsten Run zeige ich dann mal die Stadt schön geupgradete Stadt ja ich sehe ihn wo siehst du wo ist der? wo ist der? wo ist der? unten beim Brunnen Tatsache Tatsache Apropos ich habe jetzt 4 Dinger hast du so einen Apotheker den gefunden? jup äh Diamond ist das nicht Feini? mehr Diamonds Silberkiste ne gar nicht Erz äh keine Items ok ist doch nicht so schlimm jetzt ab mal ab nach oben halt stopp muss man auf den Preis achten von dem Händler ja ich geh jetzt nochmal gucken äh bei mir hat der nur noch so ein komisches Claudius gehabt ah schade mir fehlen 60 können wir nicht noch irgendwo eine Vase stehen lassen oder so? nop nicht mal das ist aber schade dann gehen wir mal runter ey guck mal ganz viel Geld sollen wir nicht wieder hoch? das vermisse ich an dem Spiel oh ja was ist an dem Spiel? oh da ist was blaues gedroppt ne 10% Chance ein Kombo zu triggern wenn ich schaden komme 10% Chance ein Crit zu machen wenn du Skills castest super! warum immer warum immer an umgekehrt Troja du kannst das nicht eher gebrochen dann schaden du bist irgendwie leise zuhör lass mal dein Headset richtig auf hab ich doch jetzt bist du wieder lauter lass dir ja mal entscheiden, dass du leise oder laut sprechen gehst jemals noch hmmm noch mehr Diamanten nein noch mehr Diamanten sag doch das bringt viel viel mehr wenn man hier komplett durchwind naja wie naja naja ich hab den ganzen Arsch voll Items jetzt nur finde ich irgendwie den Rest nicht weil ich was ist der scheiß das ist der scheiß Schalter ich fehlen nimm's mal ok wir haben die ganze Ebene aber keinen Schalter ja in den Händen war keiner hmm geh ich grad nochmal zum Händler was was zu verkaufen nice jetzt hab ich auch wieder vier Ladungen sag ich doch der Händler ist halt das nützlichere oh 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 wo ist der verdammte Schalter oh ich hab ihn gefunden something happened den hat man kaum gesehen ey voll die Sauerei was war das hier mit den leeren Zellen aus sich naja weiss ich nicht aber die sind leer eindeutig alle uh richtig viel Kohle heil mal vergess immer die Tasse für den Heal ne 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 Kuh wahrscheinlich ja da liegt auch mein Golem drauf mein Gargoyle ey guck mal ich geh wieder zurück zum Händler immer Full Platemail dankeschön und tschüss so jetzt hab ich auch noch ne Plattenrüstung an plus 15 Amor plus 15 Amor jetzt mach ich die Viecher hier mit den Minen aus so ich glaub ich weiß was das großartige was passiert ist ist guck mal da da ist ja schon der nächste Händler äh äh boah ach wo ich hab mir einfach vor die gestellt und hab drauf gehalten ich brauch den für 1750 bei mir uch hoppla aber auf jeden Fall ich hoffe nur dass wir so viel auch bekommen auf der Ebene ich hoffe nur dass wir so viel auch bekommen auf der Ebene weil wenn ich mir um nichts Sorgen machen muss dann mache ich mir auch um nichts mehr Sorgen ne immer noch keine 750 mehr Gold oh ja Kohle kann ich nicht hopp öffern hab ich zieht man doch guck mal einfach nur so ne ganze Wand an Pfeilen entgegen und ich oh nope erstmal hart rückwärts hehehe da war ich jetzt ein Schisser da war ich jetzt ein Schisser oh shit da war ich jetzt ein Schisser hopp das ist super geil du ne Kettenrüstung eck check er hat ein Eis machen eck gerade nicht genug Kohle glaube ich da war da rumgekommt GOOTS OF SPEED ich hatte vorher gewusst hätte ich das Geld gar nicht für die Plattenrüstung ausgegeben was hast du grad gefunden beim Händler gibt es 25% mehr Kohle ein Item guck mal was ich sonst noch finden kann hier was kann ich mir denn jetzt ach das ist so useless der Rest ist Müll ich hätte eigentlich nur das gebrauchen können so mehr Mana, mehr Mana Rack und mehr HP Rack das ist wichtig das ist gut tja hier Potts du bist schneller als ich weil ich Boots of Speed gefunden hab ja ich hab nur 260 Gold ich schick mir grad alles zurück 15 Erbs sind dann doch ich hab auch weggeschickt ich hab 14 warum hast du 15? wow äh geht ja schon gut ab da müssen die mich stunnen da ja ich hab das ne nein komm komm rot ja Wendors will have more items in Dungeon Shops. Ey, ich beiß mir jedes Mal wieder in den Arsch, weißt du das? Warte mal. Wie jetzt? Was denkst du? Wenn ich irgendwo was is? Nope. Okay. Ich denke, kann man auch keinen Schaden machen. Hätte ja sein können, hätte ja sein können, dass da irgendwie was is. Ja. Hä? Hier ist schon die erste Statue. Oh, da ist so ein Opfer-Schrein. Oh, alles nur die Flücher-Nicht. Alles nur die Flücher-Nicht. Ich guck jetzt mal, was der Schrein so anbietet. Meinst du? Nope. I don't agree at all. Sacrifice 15% Damage. Er hat mir gesagt, sacrifice 1% Health Regan. I don't need Pots anymore. I don't need Pots anymore. Warum nicht? 15% Schaden gegen 3% Health Regan. Die Sekunde eingetauscht. Ich bin kurz vorm Sterben. Ich bin kurz vorm Sterben. Ich bin kurz vorm Sterben. Okay. Ich bin gestorben. But why? Weiß ich nicht. Ich bin jetzt eine Leiche anscheinend. Keine Ahnung, was das war. Auf einmal war ich tot. Dare you. Also ist da nicht noch ein Pott? Nein. Der Pott ist alle. Wird die alle beim Boss rausgehauen? Ja klar. Wird doch ständig gestunnt von den Viechern. Da hab ich gepottet. Der Pott ist halt immer noch Damage-Stückt bei mir. Dingtron. Dingtron. Dingtron! Dingtron! Und Pyersitis. Oh. was wollte ich jetzt sagen ach so denkt dran ich kann ein eingehende pfeile blocken und bald so kann ich das sogar richtig komplett gegen pfeiler sind dann wenn der typ dann von oben nördlich schießt man so knapp entkommen wirklich arschknapp entkommen fuck you fuck you sind die mages tot kann ich mich wieder raustrauen ja die bösen bösen magier sind alle tot war jetzt aber auch böse du ich muss noch mana jetzt erstmal mana suchen oder was ähnliches käse was käse hier oben ok 47 hp alles leuchtet rot wunderbar esel nö noch nicht da hinten ist noch eine silberkiste und da unten ist noch jetzt ist es auch eine silberkiste oben fertig ok noch welche von links ja ja so lange wie wir die statue nicht kaputt machen fangen die an auf uns zu zu laufen ich fange mal die statue an ja ja fangen wir mal die statue an ich habe mir gerade die silberkiste hast du noch einen silber schlüssel ja ja da lief was blaues was macht man auf guck dir mein lecker wenn du meinst du wirst du das brauchst dann brauchst du das halt ja so viel wenig schaden mache ich nur noch nicht nur 15 prozent ja bei mir wäre das halt ein problem weil ich halt live verbrauche one more to go ja da war die die statue schon kaputt ach da habe ich mal den schalter nicht getragen ja den müssen wir drücken auch deswegen bin ich vorhin wahrscheinlich gefällt die fernka verpacken von den hauen nämlich ganz schön rein da drüben liegt noch was blaues ja gesagt ja bei der silberkiste holen wir uns das doch gerade mal was ist es denn ein großer hammer storm caller weiß ich hab mal ein bisschen was man jetzt weg geschickt einfach nur wenn ich kann doch mach ich mal nicht immer so in die nicht sehen so blöd bin ich jetzt nicht ich habe mich keinen bock dass wir jetzt verrecken und dann auf einmal oh shit wir sind tot oh nein 14 erze weg schade dass du nicht einfach nur sagen kannst ich will gegen was nicht 300 gold oder so die ärzte nach oben etwas gesehen du kannst du mir um die dinge hier kümmern und jetzt ja ach so ich sollte auch draufhauen sag das doch oh nein ja das ist der gift der priester typi und der mage typi die machen alle schaden die penner haben wir hier was das folgt okay setze nicht kann es ist genau das was ich hasse hey cool hey da und der mage erleben wie der typ mit dem banner alleine liegt man jetzt stehen verprügeln zu lassen jetzt geht es geht halt oh die dinger kennen wir doch ja und die waren früher schon relativ easy wow ich brauche mal hier hilfe ja was ach man ey leg mich doch nicht ab man was nur geister betrug betrug verdammter betrug betrug dass du nicht drauf gehst ja aber woher kommen die geister da du diesen scheiß abgeschlossen hast boah die wand percent mit damage perp oh nein zurück 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 das heißt ich bin an genau die stelle genau die stelle verrunde gelaufen an die du auch gelaufen bist nur ich bin nicht so schnell dass du die viecher pullst ich laufe hinterher und krieg dann alles ab ist doch logisch anstatt der tank vorrennt weißt du wie inis funktionieren ja ich weiß und damit sagen wir musst du dir mal bei dem flachf f'n und fick dich treuer Eheheheh